Im Rechnen bin ich der Beste. Doch, im Langrechenaufgabenrechnen, da kann ich dir eine vorrechnen. 8 plus 8, 8 plus 2 sind 10. Wie viel brauche ich von 2 noch auf 8? 6, also sind es 16. Da komme ich ja gar nicht mit, können wir es doch noch machen. Langsam, 8 plus 8, 8 plus 8. 8 plus 2 sind 10. Wie viel brauche ich von 2 noch auf 8? 6, also sind es 16. Hör mal, hast du eigentlich heute was vergessen? Nein. Das glaube ich nicht. Was vergessen? Deine Hose steht auf. Hast du doch vergessen, oder? Ja. Die klemmt. Was klemmt? Die Hose? Vielleicht so mal ein bisschen zerren und dann noch mal hochschieben. Die, so. So, genau, so wie er das macht, ne? Meine ist zu. Ist deine zu? Ja. Ja, ist wichtig, ne? Man kann doch nicht im Fernsehen da so rumsitzen. Ja. Ne, das geht nicht, ne? Genau. Was gibt's denn typisches in der Schweiz zum Essen? Aha. Fleisch. Ich bin ein Fros. Und dann brüht man das so einen Teig. Anstatt, anstatt, kann man, anstatt, kann man, anstatt, kann man auch, kann man auch, kann man auch, kann man auch. Schinken nehmen, oder so kleinen Schinkle in Würfel, scheit. Brr, 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 Upsasa. Upsasa. Vielen Dank.